Ich bin Gerichtsvollzieher. Ihre Schulden belaufen sich auf 44.000 Euro. Da Sie uns seit Monaten keinen Vorschlag machen, müssen wir Sie jetzt leider in Schuldhaft nehmen. Was? Ich bin Jackie Zucker. Ich hab ein kleines Problem. Montag Mittag um 12 haben Sie von mir sämtliche Schulden. Beim Leben meiner Mutter. Das ist meine Mutter. Telegramm für Jakob Zuckermann. Geben Sie mal her. Was sind Sie denn eigentlich? Ich bin seine Frau, seine Ex, seine zukünftige Ex. Und das ist meine Frau. Die liebt mich wie am ersten Tag. Ihre Mutter verfehlt, dass Sie und Ihr Bruder sieben Tage schief was sitzt. Sieben Tage? Das kann ja heiter werden. Wenn Sie nicht erfüllen wollen, verzichten Sie auch auf die Erbschaft. Du wirst doch wohl deinen eigenen Bruder wieder erklären. Wahrscheinlich sieht das aus wie Osama Bin Laden. Hallo Jakob. Das ist mein Bruder. Der ist mein größtes Problem. Wir müssen ein Testament... Ich finde mich wirklich komisch. Der... Wie Creme. Sag mal, was haben wir denn da genommen? Ecstasy. Wir müssen es jetzt eine Woche miteinander aushalten. Jackie! Der Geschäft muss weitergehen. Dafür kann man ja schon mal einen Anfall simulieren, wenn es im Grab der eigenen Mutter ist. Du bist ja noch widerlicher als ich dachte. Papa, du bist high. Ich bin high und die Beerdigung ist um zwei. Und das ist meine Tochter. Die ist mein größter Fan. Deine Mutter hat mich rausgeschmissen. Da kann ich ihr nur gratulieren. Ich auch. Wir müssen versuchen, eine normale jüdische Familie zu sein. Wir müssen das spielen. Es ist nie zu spät, jüdisch zu werden. Ich schaffe das nicht, Jackie. Ihr Juden, ihr habt zu viele Gebote. Da ist überhaupt kein Platz zum Improvisieren. Wir schaffen es schon. Und du, was machst du? Ich studiere Jura. Im 22. Semester. Das ist meine Nichte. Die will meinen Sohn. Du triffst doch so viele Frauen. Ich meine, du siehst doch gut aus. Ich bin immer anders. Was? Und das ist mein Sohn. Der will alles anders. Warum hast du das nie gesagt, Junge? Was hast du denn? Du hättest schon wieder vorverstanden. Nur hier ist kompliziert. Ich brauch dich. Los auf die Wache. Und das hier. Jackie. Ist meine Geschichte. Herzinfarkt, wohin? Ich suche Jakob Zucker. Sieh zu, wie du hier rauskommst. Es tut mir leid, dass ich dir misstraut habe. Aber du bist doch auch so ein durchtriebener Lügner. Ich liebe dich doch auch dafür. Aber Zucker, das ist nicht immer ein. Was? Es tut mir leid. Bei uns wurde kein Jakob Zucker eingeliefert. Die Geschichte von Jackie Zucker. Komm mal her, du Ekel. Wann kommst du denn nicht? Bist du ein Kopp? Könnte er demnächst im Kino sehen. Was? der